Angesichts des Klimawandels müssen wir für mehr Nachhaltigkeit die Grenzen des bisher Möglichen überwinden. Die Erwartung ist, dass wir mutiger handeln und unser Klima sowie unseren Planeten positiv beeinflussen. Der Gesetzgeber erhöht die Standards für die Energieeffizienz und E-Emissionen. Gebäude sind entscheidend, weil sie den größten Energieverbrauch verursachen. Berücksichtigt man, dass die meisten Gebäude in Europa mit Gas- oder Ölkesseln beheizt werden und dass eine verbesserte Gebäudeisolierung zu längeren Überlappungen des Kühl- und Heizbedarfs geführt hat, stehen wir bei TRAIN für Innovationen mit neuen Technologien und den Einsatz erneuerbarer Energieträger als unseren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen. Seit Jahrzehnten stehen wir Gebäudeeigentümern und Betreibern zur Seite bei ihren Herausforderungen und ergründen vielseitige Möglichkeiten. Zum Beispiel die Wiederverwendung ungenutzter Wärmeenergie in Gebäuden. Jetzt haben wir durch die Nutzung neuer Technologien und das Infragestellen bisheriger denkweisende Industrie klimafreundliche HLK-Lösungen entwickelt, die diese frei verfügbare Energie zur teilweisen und vollständigen Nutzung zu Kühl- und Heizzwecken wiederverwenden. TRAIN macht es möglich und stellt die vierte Generation Mehrleitermaschinen vor. Synthesis Balance ermöglicht den Ersatz der mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kessel- und Wasserkühlmaschinen durch eine zentrale, wasserbasierte Einheit, die Kalt- und Warmwasser für das gesamte HLK-System bereitstellt. Es bietet die drei Betriebsarten Kühlen im Sommer, Heizen im Winter oder gleichzeitiges Kühlen und Heizen. Synthesis Balance nutzt die zurückgewonnene Energie der Außenluft und verwertet zugleich die Abwärme des Kühlkreislaufs. Synthesis Balance ist führend in Leistung und Effizienz. Diese einzigartige Mehrleitermaschine eignet sich für alle Klimazonen in Europa. Ihre hohe Leistung erreicht Synthesis Balance mit Premium-Komponenten, die den Energieverbrauch senken und den neuesten Energieeffizienzvorschriften entsprechen und dem innovativen Train Adaptive Refrigerant System, das nahtlos mit der neuesten Gerätesteuerung funktioniert und höchste Leistung in allen Betriebsarten und Bedingungen bringt und zugleich die perfekte Balance zwischen Effizienz und Betriebskosten hält. Jedes Gebäude bringt einzigartige Bedürfnisse und Einschränkungen mit sich. Unser vielfältiges Portfolio ermöglicht uns die Umsetzung integrierter Lösungen zum Erreichen aller Ziele der Gebäudeeigner, egal wie hoch diese sind. Unsere Ingenieure erarbeiten mit Ihnen die optimale Kombination aus Produkten, Regelungstechnik und Dienstleistungen. Unser Netzwerk aus hochqualifizierten Servicetechnikern unterstützt Sie von der Inbetriebnahme über die gesamte Lebensdauer der installierten Technik. Sowohl bei permanentem als auch bei zeitweisem Bedarf mit unserem Mietservice. Als Teil von Train Technologies erweitern wir die Grenzen des Möglichen für mehr Nachhaltigkeit. Sind Sie bereit mitzugehen?